Was ist das denn für ein Marschirm? Hast du Fotos gemacht? Hast du Fotos? Immer weiter! Bisschen hoch? Ich hab auch's gebreit. Und es waren ja noch zwei weitere Fonds gebaut. Also insgesamt fünf Panzerschiffe. Die beiden letzten Panzerschiffe haben sie dann umgebaut, oder wieder abgebrochen und haben sie daraus gefahren aus dem Gleislauf. Das ist ein schönes Schiff. Ich bin ein schönes Schiff. Ja, da muss ich jetzt wahrscheinlich nicht lange übergeben, ist gut. Aber das Schiff hat sich ja normalerweise von dem Flugzeug weg gewesen, glaube ich. Wir haben jetzt gleich noch eine frische Hose. Ne, dann fahren wir.